Herzlich Willkommen zur Casino-Schule von Casinoverdiener. In diesem Film erkläre ich dir die Grundregeln von Roulette. Der Casino-Club bietet allen Casinoverdiener-Lesern einen No-Deposit-Bonus von 15 Euro. Das heißt 15 Euro zum Sofortspielen. Und nun zum Spiel. Im Mittelpunkt von Roulette steht der Kessel. In diesem wird bei jedem Spiel mit Hilfe einer Kugel eine Zahl von 0 bis 36 ausgelost. Ziel des Spiels ist es zu raten, auf welche Zahl diese Kugel rollt. Beim Roulette gibt es folgende Möglichkeiten zu setzen. Die Wetten auf die einfachen Chancen. Bei diesen Wetten setzt du entweder auf Rot oder auf Schwarz. Auf Gerade oder Ungerade. Oder auf die niedrigen Zahlen von 1 bis 18 oder die hohen von 19 bis 36. Wenn du eine Wette auf eine einfache Chance gewinnst, verdoppelt die Bank deinen Einsatz. Dann gibt es die Wette auf die Plan. Das heißt, du setzt auf eine bestimmte Zahl im Kessel. Also auf eine Zahl von 0 bis 36. Dafür erhältst du im Gewinnfall den 35-fachen Einsatz. Neben den Wetten auf die einfachen Chancen und den Wetten auf die Plan, also die vollen Zahlen, gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Wettkombinationen. Probier es doch jetzt einfach mal aus und sichere dir den 15-Euro-Bonus exklusiv für Casinoverdienerleser im Casino-Club. Mit diesen 15 Euro kannst du sofort losspielen, ganz ohne Einzahlung. Den Bonus bekommst du nur über die Casinoverdiener-Seite. Klicke einfach auf den Link unter diesem Video und dann auf diesen Link auf der folgenden Seite von Casinoverdiener.com. Viel Spaß wünscht dir Casinoverdiener!